Abbrechen, das will ich nicht. Durch die Ausgang, ne? Warte. Ja, ich bin jetzt gleich auch da. Bin schon auf dem Weg. Hm, sieht ja lustig aus. Ich geh mal schon zu dem Händler unten hier und verkauf ein paar Sachen. Ich hab da so ein paar Klamotten, die weg müssen. Ja, ich bin jetzt gleich auch da. Ja. Dann brauch ich ja nur nicht stehen und warten. Ich seh dich schon laufen. Ja. Wollt ihr eure Ausstattung aufstocken? Glück bei der ja. So, das hätten wir. So, wo müssen wir denn hin? Musst du auch nach... Ich muss... Ja, musst du auch. Ich muss in Naga Sardofs Grab. Ja, ja, da muss ich auch rein. Oh, da gebe ich ja jede Menge zu tun. Also gebe ich dafür zu tun. Ja, musst du mal auf M drücken und da reinklicken, dann siehst du. Hast du keine Gefährtin bekommen? Nö. Siehst du die mit den Schwanzhaaren hier, die hab ich... Ja, ich hab jetzt schöne, richtig geile Fähigkeiten auch nochmal gekriegt. Weil ich mir jetzt nur mal bei so einem Typen war. Und ich hab nochmal so ein Wagemut bekommen. Ach, die kann man kaufen, ne? Was denn? Die Fähigkeiten. Ja, klar, die musst du kaufen. Die verändern sich ja mit der Zeit. Vergiss ich immer. Diese Quest für mich, finde ich auch. Jop. Annehmen. Akolyt, kann ich euch einen Moment sprechen? Muss ich mir jetzt aber nicht alles reinziehen, also ne... Nö, nö. Oh, flirten! Oh, ihr seid attraktiv. Oh, ja klar. So, darf ich den Weg freimachen. Ach, Menno. Ich wollte euch nicht beleidigen. Ich wollte... Ich wollte nur... Da war dieser andere Akolyt. Er ist es kürzlich und ist es Grab gestiegen und ist, wenn er noch gekriegt ist. Er ist so ein Wagemut. Genau, bei mir ist das genau so. Okay. Schwache Akolyten bringen es nicht weit, sag ich. Ja, sicher. Ich fürchte, ob Korriban ist das noch wahrer als anderswo. Der Akolyt, der hineingegangen ist, er war von einer guten Sorte. Freundlich und offen. Er sagte, er wollte das Grab betreten, um sich seinem... Wir sind aber nicht nett. Nein, ich dachte nur, es wäre nett, wenn jemand die Leiche zurückbringt und... Ihr habt Beine, sag ich. Ihr habt zwei Beine. Dann tut es doch selbst. Nutzloses Weibsbild. Ich würde dort drin niemals überleben. Und selbst wenn... Man würde es mir niemals gestatten, seinen Vater zu sehen. Er gehört zur dunklen Ehrenwache in der Akademie. Nur Sith dürfen den Bereich betreten, in dem er Wache hält. Doch ihr könntet die Leiche finden und... Ich will den Gefallenen nicht ehren. Ich erwarte eine Belohnung. Ja, aber sicher. Die dunkle Ehrenwache sollte besser dafür sorgen, dass sich die Sache lohnt. Ich danke euch vielmals. Wenn ihr die Überreste des Akolyten im... Dann gehen wir da mal rein, ganz genau. Dann werden wir das jetzt mal testen gleich. Oh, hier sind viele Dinger drin. Oh, da sind schon. Mach da einen Test mal direkt mal. Und da hat sie direkt dahin gerafft. Geulee Sache, Eckart. Oh, hier müssen wir ja richtig viel machen, ey. Können wir direkt alle wegpusten, ey. Oh, da schießt er noch. Oh, da schießt er nicht mehr dahinten, ist doch noch einer gewesen. Obwohl, hier muss ich hin zu dem. Hier muss ich auch hin zu dem Typen, mal gucken. Ja, das habe ich gemacht. Bist du da? Was denn? Oh, du bist bei einem anderen Typen als ich. Ja gut, dann mach mal. Ne, wo? Jetzt ist er weg, egal. Ich habe... Mach mal den, ja. Ja, meiner ist weg. Das war so ein Typ, den ich finden musste. Achso. Achso. Was für eine Missgeburt. Ja, klar, ne. Ich bin überrascht, dass eine Kreatur wie du sprechen kann. Was sagen wir da denn jetzt? Moment, langsam oder du sollst hüten sein? Ich sag mal, du sollst hüten sein. Ja. Du musst auch Rache wollen. Verdienst du es zu hungern. Verschwinde bis Geburt. Ja. Augen bevor ich die Geduld verliere. Sehr viel. Jetzt wohnen. Hab ich. Ich hab die Gutschfe. Ich soll nicht mehr. Ja. Ja. Müsst ihr ihn ablehnen? Nee, das ist doch doof, oder? Dann verlieren wir ja die Quessen. Wir sollten sich besser lohnen. Ja. Ich erwarte angemessene Entlohnung. Oh, je. Ich muss noch sehen. Dann halt mal mehr. Na, sehr gut. Folgt nicht. Ah, okay. Sehr schön. So, du musst das hier noch was machen. Ja, hier. Du musst den annehmen auch, Kamerad. Ach, der da am Boden liegt. Der passt halt. Du musst den weiteren erstmal den Raum hier leer machen. Guck mal, ist hier in dem Raum noch was? Nee, jetzt musst du geradeaus. Da muss für dich hier die Statue. Die musst du auch noch nehmen. Glaube ich. Oh ja. Das zählt alles gar nicht. Du musst da M drücken. Drück doch mal M. Ja. Hab ich die genommen? Das weiß ich ja. Sieht so aus bis jetzt. So. Super. Und jetzt müssen wir am besten in den Raum, weil da ist für mich noch eine Quest zum abgeben. Komm, mach mal die Typen hier mal Brust zu kläuschen. Oh toll. Ach. Hat's ihn schon mal hingerichtet. Oh, hier ist eine Waffe dran. Oh. 60 Tech-Stärke. Ich kann es ja mal so nehmen, nur was verfolgt wieder. Schon weg. Wahnsinn, ne? Ja. Was war das für eine Waffe? Ich... keine Ahnung, was mit Tech-Stärke oder sowas. Ein Schwert oder das? Ne, eine Waffe. Ach, eine Waffe brauche ich nicht. Oh toll. Komm ich da angesprungen, ist auch schon ein Matsch. Oh, hier ist was grünes. Oh, hier ist in der Mitte nix. Mensch, jetzt lass mich doch weiter, Mensch, ich will den Typen da kalt machen. Jawoll, hat sie ihn endlich zerrissen. So, müssen wir hier noch was nehmen. Hm, mach ich gucken. Hier ist noch nix. Irgendwas. Doch, 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 in der Mitte. Hier ist noch irgendwas. Hier ist dieser Stab da. Du siehst halt alles gar nicht, du. Ne, den Stab, den brauche ich nicht. Kann ich nicht anklicken. Okay, ich hab den Stab. Ja, den hast du genommen. Ja, dann brauchte ich den für mein allerdings nur. So, die sind weg, hier ist nix mehr, ne? Sportgewehr. Ich nehme alles mit, was ich... Sportgewehr? Ja, stimmt, stand da. Ich geh mir links die beiden Typen holen. Ah, mach ich hier mal den Raum klar. Oh, das waren sie schon, ne? Ja, ich steh wieder auf. Ja, ich steh wieder auf. Oh, das waren sie. Na, wollen wir mal gucken. Was sagt denn Martha? Martha sagt, für dich muss da hinten irgendwas stehen. Da irgendwo, keine Ahnung. Hier, wahrscheinlich dieses Teil da. Dale, hier, hier. Ja, ich seht schon. Ich komm doch schon. Ich bin doch schon auf dem Weg. So, das haben wir. Komm her. Der lebt doch noch, ne? Ja. Ja. Da mein ich doch, hab ich doch gesehen. Da hab ich doch verdrückt, ey. Oh, ist mir doch egal. So, das haben wir. Jetzt muss ich da noch runter. Jetzt müssen wir geradeaus. Einmal komplett geradeaus bis zu deinem Teil. Was du da noch brauchst. Genau, und dann sind da noch deine Teile. Hm. Meine und deine Teile, genau. Aber hier stehen ein paar einfach unten. Ja, unsere Teile halt. So. Zerlicht. Da ist auch noch was. Das Teil muss ich einklicken. Jetzt hab ich's verstanden, siehste. Komm. Aktivier den Scheiß wieder. Oh, oh, oh. Ich seh grad. Mir geht's aber gerade gar nicht gut. Komm, mir mal helfen hier. Ich komm. Ich hab gar nicht drauf geachtet, dass ich mich ein bisschen heilen muss. Ich komm. Aue, auue, auue, auue. Klappt aber auch. Halte dich. Wo ist er? Kommt er hinterher. Wir sterben, du warst der Druid. Ich helf da mal kurz mit, auch wenn ich jetzt... Ah, mein Gott. Ja, das wird geklappt. da ist folgen geht ja schon wieder gut los hier da ist der stadt kommen wir weiter da sitzt verdrohtes naja habe ich auch gesehen keine ahnung und den platz machen ja ja ich mach schon das waren sie schon ne der steht doch noch hier oder macht ihr meine gefährten platt der sack hat deine tuss wieder angegriffen so wo müssen wir jetzt hin ja wieder zurück ach zur anderen seite ja ich dachte wir können in einem so hier hochgehen aber das hat nicht scheiße sitzen können wir wieder wir müssen wir hier umrennen brauchen wir die vielleicht nicht hä wir müssen gerade aus ja aber da sitzt noch drei so roboter brauchen die manieren ja das stimmt natürlich die wurden aktiviert ja ich hab's gehört aber ich war schon hier an die anderen dran ja versuche ich hier mal die roboter kalt zu machen ich mache die vier und kommen dann zurück die hier sind tot roboter sind weg ja ja sind weg ok dann kann ich ja hier geld schon mitnehmen ob da was drin ist in dem raum ich meine da ist ja nichts für uns drin aber interessiert mich dann erst mal hat oder ja da willst du rein wir müssen nicht weil es nur interesse kann ja sein dass das für eine andere klasse ist was man da machen muss da ist da ist so ein oder hätte sein können dass es da irgendwie besondere klamotten oder sowas gibt weißt du aber da ist auch nichts da man anklicken könnte ne ne ich seh zumindest nix da scheint auch kein besonderer äh mob da drin zu sein nö dann nö dann wenn da auch ein spezialtyp oder sowas drin ist dann würde ich ihn schon gern mitnehmen ja klar da hat er vielleicht auch was dabei was sich lohnt ne hier kann man auch nichts looten hier auch nicht stöp